So, das ist nun das erste Video auf dem neuen Kanal. Auf diesem Kanal werden wir nun die JetEngine, die Triebwerksvideos hochladen. Auf dem alten Kanal werden mehr so die filmerischen Sachen hochgeladen werden. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. In diesem Video werde ich euch kurz die Berechnungen vorstellen, die wir für das neue Triebwerk gemacht haben. Dazu zunächst eine kleine Einführung über die Zustände, also die nummerierenden Zustände. Zustand 1 ist vor dem Verdichterrad, Zustand 2 ist hinter dem Verdichterrad. Zustand 3 befindet sich am Ende des Diffusors, Zustand 4 befindet sich nach der Brennkammer, Zustand 5 sind jeweils vor Stator, nach Stator und hinter der Turbine. Und dann gibt es noch den Zustand nach der Düse. Die Berechnungen beruhen natürlich alle auf dem schon vorhandenen Radialverdichter, aus dem wir geometrische Größen schon entnehmen könnten, wie diese Strömungswinkel und Durchmesser. Die haben wir einfach durch einfaches Vermessen entnommen. Hier sieht man das auch nochmal, diese Abströmstahlwinkel. Mit diesen geometrischen Größen und ein paar weiteren Vorgaben, wie zum Beispiel der Drehzahl, konnten wir dann alles berechnen. Ihr werdet sehen, wir haben in jedem Zustand die thermodynamischen Zustandsgrößen berechnet, also die Temperatur, den Druck, den Totaldruck, die Totaltemperatur, Dichte, aber auch strömungsmechanische Größen, wie zum Beispiel die Machtzahl oder auch Komponenten der Strömung. Die sind vor allen Dingen interessant im Zustand 1 und 2, so wie hinterher später bei den Turbinen natürlich. Und da kann ich euch mal zeigen, wie dann die Strömungsgeschwindigkeiten, die Komponenten sich im Endeffekt auch zusammensetzen. Zustand 1, wenn wir das berechnet haben. Da müssen wir einmal ein bisschen hier runterscrollen. Das ist das Geschwindigkeitsdreieck, was die Geschwindigkeit vor dem Impeller wiedergibt. Das N steht hier jeweils für die Geschwindigkeit, die an der Narbe anliegt und das G für die Geschwindigkeit am Impeller, die an der Gehäuseleite, an der Gehäuseleite anliegen. Das entsteht natürlich dadurch, dass durch die unterschiedlichen Radios, unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeit herrscht. Und so entstehen dann verschiedene Geschwindigkeiten. Und entsprechend sehen auch die Geschwindigkeiten am Impeller Austritt aus. Das C-Slip, das ist so eine Verlustgeschwindigkeit, die die Luft nicht ideal den Vorgaben, quasi den Abströmwinkeln des Impellers folgt. Genau, das ist hier die Umfangsgeschwindigkeit. Das ist C die Absolutgeschwindigkeit und W die Relativgeschwindigkeit. Da die Absolutgeschwindigkeit auch eine komponente Umfangsrichtung hat, legt die Luft einen Weg in Form einer solchen logarithmischen Spirale durch den Diffusor zurück. Das haben wir hier über entsprechende Parameter mal geplottet. Ungefähr hier oben die Strecke ist das so. Und um diesen Drall dann auch der Strömung zu entnehmen, haben wir eine entsprechende Umlenkung, auch eine Schaufel für eine Umlenkung generiert, die hinter den Diffusor kommt und den Drall entfernt wird. Und das wurde entsprechend hier im Zustand 3 über diese Parameter hier berechnet. Es wurde auch ein Druckverlust über dem Diffusor hier mit einberechnet. Und dann kommen entsprechend wieder die thermodynamischen Zustandsgrößen sowie die Machtzahl am Ende des Diffusors heraus. So, hier im Zustand 2 geht es ja um die Luft, die aus der Brennkammer austritt. Deswegen müssen wir hier mit auch veränderten Stoffwerten rechnen, weil die Temperatur ja dann doch deutlich angestiegen ist, deutlich über 1000 Kelvin. Hier werden die ganzen Wärmekapazitäten des Luft-Gas-Gemisches berechnet. Wir benutzen ja Butan, deswegen haben wir auch hier den Heizfeld von Butan genommen. Hier haben wir dann einen halbwegs realistischen Wirkungsgrad für so eine kleine Brennkammer herausgesucht. Da konnten wir dann entsprechend das Beta-Bk ablesen, aus dem im Endeffekt der Massenstrom des Brennstoffs folgt. Und aus dieser Rechnung folgt dann auch eine bestimmte Querschnittsfläche und damit, wenn man einen Radius vorgibt, der Turbine, wird dann auch der zweite Radius generiert. Das sind dann so die nächsten Designparameter, die aus der Rechnung hervorgehen. Der Zustand 5 beschreibt die Turbinenstufe, bestehend aus dem Stator und dem Rotor. Hier haben wir die Daten am Stator-Eintritt, hier zwischen dem Stator und dem Rotor und hier hinter dem Rotor, also hinter den Turbinen. Es gibt so optimale Strömungswinkel, die konnten wir nicht immer unbedingt einhalten. Das lag daran, dass wir den einen Radius vorgegeben haben und dadurch ist es aber nicht möglich, die optimalen Winkel zu erreichen. Hätten wir andernfalls die Winkel eingehalten, hätten wir Geometrien erhalten, die man nicht hätte fertigen können. Da kommen dann auch Geschwindigkeiten und Winkel raus, die wir hier einmal visualisiert haben. Das ist hier das Leitrad, also der Stator. Das ist hier die Absolutgeschwindigkeit. Und das Laufrad, also der Rotor, der sich natürlich dann in Umfangsrichtung bewegt. Und dann das Geschwindigkeitsdreieck hinter dem Rotor. Aus den Geschwindigkeitsdreiecken kann man so eine Winkelübertreibung machen. In der Winkelübertreibung wird berücksichtigt, dass die Luft oder die Gase natürlich nicht den Abströmwinkeln der Schaufeln perfekt folgen. Und aus diesen Winkeln, die man aus der Winkelübertreibung erhält, konnten wir dann die Turbinenprofile machen, das sind die Profile der Stufe. Da haben wir hier einmal das Statorprofil, also das Leitrad. Und hier haben wir das Laufrad, also das Profil des Rotors. Nach der Turbinenstufe kommt natürlich noch die Schubdüse. Da wird auf Umgebungsdruck entspannt. Die Geschwindigkeit steigt nochmal stark an, wodurch dann ja auch ein Großteil des Schubs erzeugt wird. Der ist in diesem Fall theoretisch ausgerechnet 67,9 Newton, entspricht also ungefähr einer Gewichtskraft von 7 Kilogramm. Und wenn wir jetzt hier diese ganzen thermodynamischen Zustandsgrößen, also die Drücke und Temperaturen aller Zustände, über das Triebwerk auftragen, haben wir hier die Machtzahl, also eine Kennzahl für die Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur, jeweils immer statische und Totaltemperatur, genauso wie Druck, also statische und Totaltemperatur und Totaldruck. Die haben wir jetzt vor dem Triebwerk, am Einlauf, am Eintritt Diffusor, Eintritt Brennkammer, Eintritt Turbinenstator, Eintritt Turbinenrotor, Turbinenausdruck und Düse. Da sieht man natürlich zum Beispiel hier recht deutlich, dass natürlich im Bereich der Brennkammer die Temperaturen stark ansteigen. Im Bereich des Verdichters steigt natürlich der Druck an und durch die Erhöhung der Geschwindigkeit gibt es auch einen großen Unterschied zwischen statischem und totalem Druck. Und ja, hier wird auch wieder auf Umgebungsdruck entspannt und in der Düse sieht man natürlich auch nochmal, dass die Geschwindigkeit hoch ansteigt, dass da das Druckpotenzial ausgenutzt wird. Ja, das sind also, das Video war jetzt mal so, um euch zu zeigen, dass wir da echt viel berechnet haben und uns da echt viele Gedanken gemacht haben. Und jetzt sind die nächsten Schritte, den Radialflücher nochmal zu vermessen, damit das Gehäuse entsprechend angepasst werden kann. Und dann werden die Teile in CAD erstmal designt und dann muss man gucken, welche Teile man davon selber fertigen kann, welche gefertigt werden müssen, weil wir das in unserer Werkstatt nicht schaffen. Und dann muss ich mal schauen, ob ich euch irgendwie diese Projektarbeit und die Exit-Tabelle irgendwie zur Verfügung stellen kann. Das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.